Was soll ich sagen? So können sie spielen. Ist das super? Das klappt nicht für nichts. Jaaa... Schau mal wie ein Hübscher. Nein... Vielleicht können sie noch eine Runde spielen. Wie? Vielleicht können sie noch eine Runde spielen. Oh ja, ist schon gut. Ich habe sie extra nicht alleine gelassen. Gut, ja. Soll ich den Hunden auch gut? Eben ja. Ich muss anfangen zu klöpfen. Ist auch noch jung, oder? Ja, halb vier. Ah ja? Jetzt ist jung. Ja, jung ist. Ist ja noch jung, vier. Ja. Hübscher. Kommt gut zusammen mit dem Klöpfen am 1. August? Nein. Macht nichts? Nein. Nicht? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wenn ich in die Tiefe Hebrews 5growli an paciften ellogisch benötige...